einen wunderschönen freitagmorgen recht herzlich willkommen schön dass ich wieder mit dabei seid bei unserer täglichen bewegungseinheit ja nicht nur bei den olympischen spielern spielen wird täglich bewegt auch bei uns montag bis sonntag übrigens wir werden heute wieder ein utensil benötigen ich verwende wieder diesen ball richtet sich irgendwas her bleistift kugelschreiber was auch immer brauchen wir dann ein bisschen später jetzt lege ich dieses teil noch einmal zur seite gut gehen wir sagen erste übung und zwar schauen wir dass man in die leichte grätsche gehen ja nabel zieht nach innen wir setzen unser lächeln auf und jetzt gehen wir mit den armen nach oben atmen ein und atmen wieder aus mit denen mit den armen nach unten gehen nach oben und wieder nach unten ausatmen ich stelle mir persönlich immer vor beim ausatmen ich atme das alles dort durch die fußsohle in den boden hinein atme ein und wieder aus und jetzt kann das ganze ein bisschen schwungvoller gestalten das heißt ich gehe dabei auch in die knie kommen wir nach oben öffnen ja mikro muss immer richten sagt man die regie ok sei nach unten ja und nach oben damit wir mal ankommen energie tanken nach oben gehen nach unten schwingen kann natürlich jetzt meinen rhythmus ein bisschen ändern etwas schneller werden wenn ich möchte aber die aktivierung für die weiteren übungen heute und noch vier drei zwei und letzte eins wir können gleich stehen bleiben oder ein bisschen enger zusammen so dass ich wohl fühlt und es geht schon weiter wir bewegen unsere arme vor und zurück ganz entspannt auch da wieder mal beginnen bitte kontrolliere ich immer wieder selber dass die körperhaltung bin jetzt irgendwie so bugle als sterile zu tun macht sich groß einmal nur vor und zurück schwingen und dann kann hier natürlich größer werden von der bewegung her kann kleiner unten beginnen ja oder ich gehe dann weiter nach oben und auch da kann ich wenn ich möchte jetzt zum beispiel auch hier ja mit wippen ja die zeit die rennen wird schon wieder freitag aber bei uns wieder auch am wochenende geturnen immer 9.05 samstag und sonntags gibt es immer eine zusammenfassung der übungen aus der letzten woche so und jetzt werden wir noch größer das heißt nehmen oberkörper dazu ja zeigst einmal langsam her und dann kann ich natürlich auch hier größer werden schneller wie gesagt ihr entscheidet über die intensität und geschwindigkeit der übung ja da kommt der kreislauf richtigen schwung das ist gut so soll es sein gescheit aufwärmend für die weiteren übungen und wir haben fünf vier drei zwei und eins so gut kurz auslockern jetzt brauchen wir das utensil ich nehme den ball in dem zirg irgendwas was herum liegt oder stellt euch vor ihr habt etwas in der hand geht genauso gut so leichte grätsche und ich nehme den ball in dem zirg irgendwas was herum liegt oder stellt euch vor ihr habt etwas in der hand geht genauso gut so leichte grätsche und ich nehme den ball in den zirg und jetzt beginnen wir unser utensil hier rund um den körper knapp rund um den körper zu geben das reisen zu lassen ja genau da rundherum eine richtung kann natürlich auch dann wieder wechseln zwischendurch ja das ist einmal der einstieg ja so und jetzt da zum beispiel wechsel ich noch mal die richtung und beginne hier ja genau die schön zu greisen die schön zu greisen hoppsi ein bisschen boitscht am freitag der burrle das ball fast verloren klein beginnen kann natürlich ja dann größer werden von der bewegung noch da wieder mal die richtung wechseln bleibt euch wie gesagt immer überlassen ja zack jetzt wieder die andere richtung zu gehen sehr gut so, nächster schritt, wir werden eine spur breiter nehmen unser utensil und geben es da unten durch von der einen zur anderen seite und achten aber darauf ist wichtig dass wir hier den lastwechsel haben und die rotation das heißt eins zwei warum sage ich das oft schon sehen dass die Leute so machen nein das machen wir nicht sondern wirklich da die rotation rechts links der lastwechsel vom einen aufs andere bein und dann natürlich in der fortgeschrittenen variante werde ich hier größer von meiner grätsche her werde ich größer auch da kann ich mal kurz anhalten wechsel die richtung oder unsere profi variante wir lassen es wirklich hier knapp über boden kreisen und immer wieder zack lastwechsel rotation nehmen wir hier mit und jetzt wechseln wir noch einmal die richtung richtungswechsel kann auch hier von der geschwindigkeit her schneller werden natürlich ja und komme schön langsam hier wieder nach oben so den brauchen wir und zwar nächste geschichte arme nach oben mit dem utensil und jetzt geben wir unser utensil nach unten durch heben hier das knie an geben es durch können hier groß öffnen und unter dem anderen durchgehen ja einsteiger beginnen klein machen wir mal so ja zack zack dann kann ich größer werden von meiner bewegung oder richtig schöne große ausladende bewegungen bewegungen hier zu machen ja dann haben wir das koordinative auch mit dabei und auch da wenn wir dann im rhythmus drinnen sind zack wechseln wir gehen wir mal in die andere richtung einmal in die eine zack und dann wieder in die andere also ihr variiert ja aber wir versuchen wie gesagt kurz einmal anzuhalten und dann wieder retour in die andere richtung zu gehen und auch da kann ich jetzt hoppala hätte ich fast verloren mein tempo erhöhen und noch einmal die richtung wechseln pfff ok so utensil gehen wir zur seite brauchen wir heute nicht mehr bringen wir da her jetzt ja arm sechs dazu leichte kretsche immer darauf achten ganz wichtig nicht so gestreckt steif sondern da ganz leicht so jetzt gehen wir nach vorne unsere handflächen blicken zueinander arme sind gestreckt jetzt stellen wir diese auf ellbogen gehen nach außen wir sind in der hände hochposition sag ich immer und schieben jetzt die arme nach oben kommen nach unten ellbogen wieder zusammen nach vorne und wieder eins zwei drei vier fünf sechs deswegen heißt auch die übung arm sechs also eins zwei drei vier fünf sechs jetzt können wir wenn wir wollen versuchen mal gut verwurzeln das ganze einbeinig zu machen Standbein ist immer wichtig stabil zu stehen und nächster schritt linkes bein zum beispiel meine fall und rechten arm ja mache zum beispiel zweimal dann zweimal wieder mit beiden armen und zwei dann noch einmal mit einem sehr gut so und dann kann ich natürlich einmal die standbein auch wechseln probieren wir das einmal auch da zweimal mit beiden armen und jetzt ein armig Das heißt, rechte Standbein, linker Arm zweimal und wieder zweimal mit beiden. Keine Sorge, ihr braucht das nicht in meiner Geschwindigkeit machen. Jeder für sich in seinem Tempo. Zack, nach oben. Sehr gut. Kann natürlich jetzt auch, wenn es mein Gleichgewicht noch nicht so hin hat, kann ich sagen, okay, ich mache hier einmal mit beiden, einmal rechts und einmal links. Also Möglichkeiten dazu haben wir mehr als genug. So, nächste Übung. Was haben wir denn da? Lendenwirbelsäule mobilisieren. Dazu geben wir unsere Hände Richtung Hüfte und jetzt beginnen wir hier sanft einmal zu mobilisieren. Ja, Foto haben wir da gekriegt und zwar, hallo lieber Philipp, gibt da unten mein Schummelzettel liegen. Ich war schon das eine oder andere Mal bei der folgenden Sendung mit dabei, begeistert. Aber speziell seitdem du jetzt bei KRONE TV bist, versuche ich wirklich täglich mitzumachen und merke, wie auch meine Kondition besser wird. Alles Gute und weiter. So ganz liebe Grüße aus Wien, Essling, der Fritz. Haben wir ihn schon gezeigt? Ah, war schon da der Fritz. Ich habe gar nicht mehr, wie ich herabgeschaut habe. Ich habe noch nicht gesehen. Dankeschön. Ja, vor, zurück. Also da wirklich sanft beginnen einmal vom Einstieg her. Und dann kann ich natürlich hier intensiver werden. Auch nach hinten wieder. Zack. Die tägliche Mobilisation. Ja, und ich weiß, es ist schon wieder so einfach, dass es dann schon wieder schwierig wird. Man braucht ja diese Übungen dazwischendurch auch einmal im Alltag irgendwie einfließen zu lassen. Ich stelle mich kurz auf, mache einmal vor, zurück. Und dann kann ich schon wieder weitermachen. Ja, so, vor, zurück. Übrigens, ja, ab morgen bin ich im Urlaub. Aber keine Sorge, wir haben die Sendungen bereits vorab aufgezeichnet. Auch die Wochenend-Sendungen. Das heißt, es wird trotzdem weiter geturnt. Und wir haben ja diese Woche mit einem neuen Programm begonnen. Und wir sehen uns dann wieder live. Ab Mitte, Ende August war ich ja noch zwei oder drei Wochen. Schauen wir, wo es mich hin verschlägt. Zunächst einmal geht es nach Italien. Dann zur MotoGP. Und dann schauen wir. Jawohl, vor, zurück. Sehr schön. So, wir kommen zur Mitte. Jetzt geht es, apropos Mitte, um die Körpermitte. Um die Stabilität, die Kräftigung. Und zwar, wenn es ein Knieheber dazu ein Bein gut verwurzeln. Ich nehme das linke. Dann verschränke ich die Arme vorne. Jetzt hebe ich mein Knie hier an. Und jetzt neige ich mich nach vorne. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Gehe nach vorne. Komme wieder zurück. Ziehe das Knie nach oben. Der linke wogelt heute ein bisschen. Ja, gehe nach vorne. Und ziehe hier wieder nach oben. Ja, gehe nach vorne. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Und komme wieder nach oben. Ziehe nach oben. Jawohl. Zack. Und da kann ich danach zum Beispiel jetzt da eine Wiederholung pro Bein machen. Zwei, drei oder vier. Ihr entscheidet, wie es euch geht. Je nach Niveau. Und dann wechsle ich einmal. Eins, zwei, drei. Ich schaue, wie weit komme ich nach vorne. Ziehe hier wieder nach oben. Ja. Umgehen. Und wieder. Genau. Stabil stehen. Ganz wichtig. Ja. Anderes Bein noch einmal versuchen. Bitte wechselt. Wirklich selbstständig. Vorgehen. Wenn ich da nach oben ziehen. Vorne. So, einmal geht es noch. Hoppala. Ja. Und einmal wechsle ich noch das Standbein. Das gibt eine Stabilität. Ganz wichtig. Sehr gut. Und der letzte. Und wir kommen schon wieder zur Mitte. So. Viele Damen und Herren, die sich unsicher fühlen, können sich gerne irgendwo hinten anlehnen. Also abstützen. Und zwar Knie nach oben ziehen. Das heißt, Einsteigervariante. Ich hebe an. Ziehe hier nach oben. Oder ich umfasse vorne. Und ziehe da nach oben. Und da kann ich mich gerne an einem Kasten, an einem Türstock, wo auch immer an der Wand anlehnen. Da haben wir es. Dankeschön. Ja. Da nach oben ziehen. Atmung fließt. Ja. Da haben wir auch, wie gesagt, bei diesen Übungen wie zuvor oder jetzt, ist halt immer auch das Gleichgewicht mit dabei. Ja. Wir machen einen Beinwechsel. Einsteiger umfassen. Also greifen unten hin. Fortgeschrittene vorne. Umfassen vorne. Ja. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Jetzt können wir uns irgendwo festhalten. Sessel, Wand, wie auch immer. Oder, Achtung, und zwar, Gesäß, hinter der Oberschenkel, Oberschenkel, Rückseite. Und zwar Ende der Halbepfung fest. Ich mache gerne so. Jetzt, ja, Winkel hier ab. Zehenspitzen. Ziehen, also Zehenspitzen angezogen. Hoppala, sieht man eh gut. Und jetzt ziehe ich hier nach oben. Ja, das ist meine Übung. Zieh da nach oben. Konzentriere mich dabei. Jawohl. Ich komme zu euch, dann geht es besser. Zieh nach oben. Und noch drei, zwei. Jetzt muss ich aber so seitlich gehen, sonst setze ich das nicht. Hoppala. Eins. Und jetzt versuchen wir. Hoppsi. Bin ein bisschen. Hörst, was ist denn da los heute? Das ist ein Gleichgewicht. Das steht so. So. Leicht halten. Und jetzt kleine, kurze Bewegungen. Jawohl. Kleine, kleine, kurze Bewegungen. Jawohl. Drei, zwei und eins. Ja. Habt ihr gesagt, auch bei mir gibt es so Tage, wo, da kommt es ein Gleichgewicht raus. Das ist ganz normal. So, anderes Bein. Auch da wieder gut verwurzeln. Zehenspitzen anziehen. Und auch da ziehen wir wieder hier nach oben. Ich kann es dazwischen immer wieder natürlich auch euer Standbein wechseln. Ich kann mich auch hier festhalten, wenn ich will. Und an der Wand, wo es mir Sicherheit gibt. Drei, zwei, eins. Und jetzt wieder die kurzen. Kurze Hoppsi. Und gehen wir. Komm, bleiben wir noch dran. Drei, zwei und eins. Ja, da wackelt es schon ganz schön manchmal. Aber da haben wir alles mit dabei. Die Kräftigung, die Stabilität. Und so soll es sein. So, eine Kräftigungsübung haben wir noch, bevor wir in die Cool-Down-Faser gehen. Und zwar unsere Kniebeuge in Kombination mit dem Anfersen. Leichte Kretsche. So, jetzt gehen wir nach unten mit dem Gesäß. Wissen, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Achtet immer darauf, Nabelzitter an innen. Komme nach oben und Fersen an. Eins. Gehen wir nach unten. Komme nach oben. Fersen an. Ja, und die pumpen jetzt richtig auf unsere Oberschenkel. Gehen wir nach oben. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, ich schaue mir immer wieder die Quoten an. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin stolz auf euch. Ihr seid sehr wahnsinnig. Richtig fleißig und brav. So soll es sein. Also weiter dranbleiben. Und ihr wisst, das ist genau die Regelmäßigkeit. Und nach unten. Gehen wir nach oben. Anfersen. Überprüft euch immer wieder selber. Passt das? Ist der Rücken gerade? Zieht der Nabel Richtung Wirbelsäule. Und dementsprechend gehe ich nach unten und dann schiebe ich nach oben und Fersen an. Und nächstes. Und geht schon. Komm. Wir haben noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Eins. Und Achtung, wir gehen nicht noch um. Wir halten die Position. Versuche unsere Position zu halten. Hinten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und schiebe nach oben. Super. Jawohl. So. Jetzt gehen wir schon in die Dehnphase über. Und da wieder ein Bein gut verwurzeln. Jetzt greife ich nach hinten. Dehn an den Oberschenkel. Vorderseite. Kann ich hier umfassen. Oder ich halte mich irgendwo fest. Drehen wir mal so seitlich hin. Sieht man es vielleicht besser. Hoppala. Ja, da greife ich mit beiden hin. Dann wechsle ich. Anderes Bein. Halte mich fest. Oder auch nicht. Greife eins. Dann greife ich nach hinten. Zwei. Hoppse. Da muss man richtig ausgleichen. Jetzt halten die Position. So. Jetzt wollen wir die Rückseite. Das heißt, Ferse im Boden hinein. Hinteren Knie leicht abgewinkelt. Und jetzt neige ich. Gehe ich da nach vorne. Und genau da hinten wollen wir die Dehnung spüren. So, ich wechsle unser Bein. Vielleicht können wir gleich in die andere Kamera gehen. Ja. Ja. Ich sage einmal, danke eins, zwei. Freue mich jetzt einmal für meinen Urlaub. Ihr bitte bleibt fleißig mit dabei. Wie gesagt, ab ca. Mitte, Ende. Spätestens Ende. Nein, zwei bis drei Wochen bin ich jetzt nicht da. Und dann tun wir wieder live. Aber aufgezeichnet ist alles. Auch für die Wochenenden ist alles vorbereitet. Und in diesem Sinne, alles Liebe. Wir kommen nach oben. Ich sage danke fürs Mitmachen. Wünsche ein wunderschönes. Und trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen.